Musik Hallöchen meine Freunde, heute ist wieder Zeit für Sky Solated. Ich möchte heute meine Eier fertigstellen, aber vorher muss ich noch eine Kiste für den Slutsch-Boiler passen, damit ihr auch die Reste rausbekommt. Ich möchte nicht mit dem Kind sie seine Eier anspielen. Na komm. Ich spiel mit meinen Eiern, spiel auf meinen Eiern. Oh Gott. Ekelhaft. Wow, die Soulcent-Produktion läuft aber jetzt richtig. Ich habe 21 Soulcent. Ach, hör auf. Ja, so geil. Dann geh mal 7, dann geh mal 7 und schau die direkt hier rein, da kenne ich nichts. So, ich mache mal direkt ein paar Kisten. Du brauchst ja, nee, du hast wahrscheinlich schon Kisten gesetzt bei Soulcent. Ja, da ist also eine einzelne Kiste, das sollte reichen. Und habe ich noch ein Output in meiner Dreckkiste, kann ich das stapeln? Nein, habe ich natürlich nicht. Na egal. Ich wollte sowieso Item Ducks machen, dafür brauche ich, glaube ich, Zinn. Und Elite. Ich werde hier mal ein bisschen offschaffen. Und dann habe ich Item Ducks. Gleich mal 36 Item Ducks, die brauchen wir ja sowieso immer. So, was ist los, Harvester? Bist du kaputt? Ja, du hast ihn kaputt gemacht. Nein. Ich glaube, ich muss den neu setzen. Nein, Quatsch, warte, ich komme mal gucken. Ich komme mal gucken. Lass mal hier den Ingenieur ran. So. Ja. Harvester. Oh, ich nehme den Quatsch. Wer hat es gehört? Energie hat er. Okay, warum möchte er nicht arbeiten? Wie hat er da den blöden Oak Sapling hingesetzt? Doof, ne? Lütsch. 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 Die Slutschkiste lasse ich unten. Ja, ja, klar. Hm. So, wenn ich das jetzt anstelle und da eine Fackel nebensetze, die ich nicht habe, kann ich mir hier gerade einen Leaver bauen. Oder einen Leaver, besser gesagt. Nein, ich habe natürlich kein Kabel. Kannst du mir kurz ein Kabel runterschmeißen? Hast du einen dabei? Nein, nur Limestone. Nein, da kann ich kein Leber draus machen. Dann muss ich kurz klettern. Warum arbeitet dieser Harvest? Nein, habe ich natürlich nicht. Da habe ich Sticks. Und dann brauche ich noch einen einzigen Kabel. Vielleicht muss man aber mal abbauen und neu setzen. Ich verstehe es zwar immer noch nicht, aber okay. Wenn man noch richtig rumdrehen würde, dann würde auch vielleicht funktionieren. Der war ja richtig. Oder habe ich ihn? Nee, aber ich beim zweiten Mal setzen habe falsch gesetzt. Also wenn... Ey, jetzt hat er aber doch irgendwas da abgebaut. Da war doch eben noch Holz. Komm, bau ab. Mach neu. Nee, habe ich ja schon. Hast du schon? Ja, hast du noch einen Leaver? Wir müssen mal den Planter, glaube ich, ausstellen. Ja, warte. Ich mache... Ich gebe dir den und mache einen neuen. Der liegt hier. Ah, ja, stimmt. Genau. So. Ich mache gleich mal ein paar Leaver. Le... 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 Ja, so heißen die. Weil... Ist ja billiger als eine Redstone-Facke. Ja, so geil. Kann ich auch in dem Menü. Ich habe ja Sticks dabei. So. Kabel, 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 Kabel. Kuhle, Kohle, Kuhle. Kabel, Kabel, Kabel. So, Restkabel ab in den Neta. Ich werde jetzt mal diese Saplings hier entfernen. Vorsichtig. Da ist schon wieder was gewachsen. Ich habe nämlich so eine Vermutung, dass... mit diesen Saplings, die quasi unter den Bäumen wachsen, irgendwelche Probleme entstehen. Da haben wir einen hingepflanzt. Ups. Ach, der hat ja auch... Der hat ja auch gar keine Energie. Oh. Oh. Mann. Ich bin vollidiot. Was und was? Wo kann ich denn am besten an Energie kommen? Da. Kommt da nicht ran, ey. Ich habe noch keinen Saft für den. Ähm, Sludgepoiler. Da muss ich natürlich nochmal... Ja, stimmt. Der braucht ja auch Energie. Hab ich gerade nicht dran gedacht, ey. Können wir gerade hier am abbauen. Hast du noch... Energieleitungen? Ähm, nope. Haben wir Redstone? Ähm, jup. Guck mal, in der Output-Chest vom... Ähm... Vom Packager. Da ist Redstone drin. Der war hier hinten, ne? Da ist er. Äh, hier ist auch ein überflüssiges Redstone... Redstone-Kabel... Zwei überflüssige Redstone-Kabel, die nehme ich mal ab, ne? Die sind noch am Steam-Dynamo hier dran. Ja, nee, lass die mal. Da wollte ich noch, ähm... Da wollte ich noch, ähm... Maschinen dran bauen. Okay. Das ist nur Vorbereitung. Neun Redstone. Da kann ich sechs Stück draus machen. Das könnte reichen. So... Wie war das? Leed links, Leed rechts, Lars in der Mitte. Oben unten Redstone. Gut. Glaub ich. Ich kriege mir hier meine Axtreperierung hin. Guck. Guck. Ah, wie neu. Ähm... Jetzt habe ich kein Lars. Oh... Hast du noch Glas über... Äh... Habe ich irgendwo hingeschmissen, ja. Ähm... Wohin? Wohin habe ich das Glas gefeuert? Ach, lass uns mal hin, neu. Guck mal in meiner, äh... Müllkiste. Da wo der Karottensaft ist. Genau. Ja. Ah, okay. Wunderbar, wunderbar. Was ist das? Chopper-Ohr habe ich auch noch dabei. So, 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 und so. Ja. Sehr schön. Enderity... Conduit. So, sechs Stück. Und dann, wenn wir mal ganz viel Redstone haben, mache ich da auch mal ein Stakehorn. So, ich hoffe... Achso, ich muss ja auch noch eine Kiste machen, um Holz abzufangen und alles mögliche abzufangen. So, habe ich jetzt hier alle Blätter, Baumstamm, Gedöns, Dinger weg? Ne, da sind natürlich noch welche. Aber ich glaube, das Problem war einfach, dass du den Planter angeschmissen hast, bevor der Harvester lief. Dass der dadurch irgendwelche Probleme hat. Vermute ich. Man muss es jetzt ausprobieren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es läuft jetzt, oder es läuft immer noch nicht. Okay. Ich präferiere die erste. Mir fehlt eine Leitung. Oh Mann. Ja, dann mach halt neue. Wir brauchen davon sowieso noch massenweise. Ja, jetzt machen wir mal das hin und her rennen hier. Ja, gut. Muss man halt durch. Außerdem haben wir nicht genügend Redstone. Vielleicht ist noch was in der Inputbox. Mal gucken. Ne, da waren genau neun Stück drin. Da hat er einen Block draus gemacht. Mist. Es ist kein neuer Redstone in unseren Barracks. Ich habe extra Sand in die Siebe gemacht. Das meinst du? Äh, ja, das. Oder? Hatte ich das? Ja, doch, ich habe das rein gemacht. Ne, da sind nur vier Stück rausgekommen. Was? Redstone? Ja. Ja. Ist doch gut. Jetzt habe ich... Ah, ich habe sieben. Ah, alles klar. Ich kann noch einmal sechs Leitungen machen. Ah, da ist noch ein Holzblock. Yeah. Tokis Axe Improved. Was kann die jetzt? Yeah. Steht denn das? Ah, Haste. Haste. Hä? Wo kommt denn jetzt die Leitung her, die ich im Inventar habe? Jetzt habe ich sieben. Wollt ihr mich verarschen? Hihi. Ich bin jetzt umsonst gelaufen. Naja, umsonst nicht, aber... Ach man. Ich glaube, das Spiel will mich manchmal veräppeln. Nicht nur das Spiel. Ich bin jetzt umsonst gelaufen. Ja, der Notoka auch. Hihi. Ah, jetzt geht der Sludge Boiler. Alles klar. Sehr schön. Und Kistler ist auch dran. Ich bin schon vergiftet. Kannst du, ähm... Ja. Hihiabubu machen? Ähm, ein Moment. Achievement Get-Get-Get-Wood. Ach ja, ich musste ja meinen Minecraft neu machen. Deswegen jetzt auch die Achievements wieder. Ich dachte, die Achievements werden auch im Server gespeichert. Ähm, nö. Anscheinend nicht. Wie komme ich überhaupt an Holz? Das muss runtergefallen sein. Und warum sammelt er nichts ein? Ach, weil die Item-Ducht voll ist. Wahrscheinlich. So, ich hatte doch Kisten dabei. Da. Ich füge jetzt erstmal... Gehst du bitte mal schlafen. Ich habe keinen Bock, dass hier oben gleich irgendwas spawnt und mich in den Abgrund schießt. Ja, ich habe nur mal schnell... Ach, muss ich dann gleich... Ja, okay, jetzt sammelt er zumindest die Sachen wieder ein. Ist die spawnt! Endlich! Oh! Hä? Ich kann nicht schlafen. Jetzt kann ich nicht schlafen. Warum ist denn jetzt, bitteschön, das Holz unter mir ebenfalls despaunt? Willst du mich verarschen? Äh. Warum weg? Aber wie meinst du? Äh. Okay, ich glaube, das könnte der Harvester gewesen sein. Ja, der hat auf jeden Fall Energie verbraucht. Also vermute ich ganz stark, dass der Harvester jetzt funktioniert. Aber das probieren wir jetzt. Ähm... Ähm... Hast du noch Servos? Nein. Nein, Matik Servo, dann baue ich halt weg. Aber ich wollte ja auch... Ähm... Machst du... Wie hast du... Ich gucke mir mal gerade deine Soul Sand Produktion an. Dann gucke ich mir... Dann will ich eine Dirt Produktion machen. Dirt, 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 dirt. Äh, das wird hier so aber mit den Kisten, äh, nicht funktionieren, ne? Was? Du musst, du musst den Steam Dynamo ja noch füttern, ne? Hast du noch nicht gemacht, sehe ich gerade. Ja, ähm... Ja, da habe ich mir auch gerade schon gedacht. Wie machst du das? Du kannst einfach, du holst zwei Item Ducte, schließt die hier davor, machst hier ein Servo rein und sagst dem, mach Holz in den Steam Dynamo. Fertig ab, Badekapp. Achso. Weil hier die, äh, das Item Ducte brauchst du eigentlich gar nicht. Ähm, wir können ja auch die Kiste... Achso, ja, das kann weg, stimmt. Da muss der Ingenieur wieder ran, muss er. So. So. Und so geht's dann, genau. Genau, und dann, äh, Servo rein. Dann brauchen wir auch kein Servo. Doch. Ja, für die Saplings nur. Vor der Kiste, ne? Ja, ansonsten verbrennt er halt die Saplings und das ist doof. Ach, Saplings kann man auch verbrennen, ja, das ist wirklich doof. Also du brauchst eigentlich zwei Servos, weil mit dem einen sagst du, äh, pumpt die Saplings wieder in den Planter und mit dem anderen sagst du, pumpt das Holz in den Steam Dynamo. Und mit dem anderen sag ich, wachs, du kack Baum. Musst du jetzt echt noch eine Gießkarte holen gehen? Nee, keine Lust. Ey, nicht da rumspielen. Nee, ich hab, ähm, ein Lever für den Steam Dynamo gebaut, dass er Holz bekommt. Oh, wir haben eine Gastträne bekommen. Uh, sehr schön. Oh, ach so, durch den Souls, ja, ne? Okay. Ähm, Servo. Servo, Servo, Servo. Ja, muss ich wohl erst machen. Erstmal eine Sache fertig machen, ne? Hm, ja. Oder fang zehn an. Ja, so hab ich das sonst immer gemacht. Dann land ich schnell mal mit auf der Schnauze. So, Iron, Glass und Redstone natürlich wieder. Und da krieg ich nur ein Servo für. Ah, ärgerlich. Redstone haben wir noch nicht wieder. Hm. Hab ich noch einen. Okay, es reicht ja. Also ich geb mal nochmal ein bisschen Sand, Sand, ich geb nochmal ein bisschen Sand in Auftrag. Ach komm, Sand brauchen wir viel. Sand brauchen wir eigentlich momentan sogar mehr als Gravel, oder? Ja. Okay. Also Dust meinst du? Äh, wieso Dust? Kommt aus... Wegen Redstone, dachte ich jetzt. Ach, das kommt aus Dust. Okay. Ja, immer noch. Okay. Dann so. Oh, wir haben noch Aluminium. Sehr gut. Das müsste auch gehen. Wir haben ja auch noch 17 Iron. Was mach ich mir eigentlich so einen Stress? Einfach mal in die Kiste gucken, ne? Warum kommt denn hier kein Iron Ra... Äh, kein Dust raus? Ach, der ist noch Cobblestone am 7, der Idiot. Äh, nicht am 7. Am, 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 am Dingsbumsen. Ah, ich, ich kann meine Worte nicht, ähm, ne? Ihr wisst, was ich meine. Du kannst deine Taten nicht in Worte fassen. Oder die Taten des, ähm, ne? Ich bin ja die ganze Zeit am Überlegen, ob ich hier diese Pulverizer Output Chest auch mit dieser, äh, Sieb Input Chest verbinde. Nur, dann können wir halt nicht mehr bestimmen, was gesiebt wird, sondern der siebt einfach alles, was er pulverized und das ist irgendwie Kacke. Kacke. Ähm, wir haben Oak Saplings. Wir machen Oak im Harvester, ne? Nur Oak, oder? Wir können da das reinschmeißen, was wir momentan brauchen. Ja, aber ich hab jetzt ein Oak Sapling dabei gehabt und hab den auf die Blacklist gepackt. Ja, du kannst ja auf die Blacklist alles packen, äh, was du sonst noch hast. Ach, jetzt hab ich den Servo falsch gesetzt. Der muss ja hinter die Kiste, nicht vor die Kiste. Oder? Äh. Nein, ist schon richtig. Ist schon richtig, aber... Probier's mal so. Output. Ne, das ist Input. Das kommt doch vom Harvester hier. Ja, das... Ja, du brauchst... Beim Input brauchst du keine Servos. Wieso... Achso, dann muss ich das an den Harvester setzen. Ja, Input brauchst du nur... Ja, dann... Achso, du machst. Okay, dann kann ich mich ja um meine Sandproduktion... Blutsch! Äh, Dirtproduktion kümmern. Aber wie hast du das da hinten gemacht? Ich muss mir das nochmal genauer... Ja, hier ist... Wo... Servo... Wo brauchst du noch ein Servo? Ist hier einer drin? Ne. Gut, dann mach da einen rein. Ach, das ist ja ganz einfach. Na klar! Ich muss ja nur noch ein Servo hier anschließen. Äh, ne, ich kann ja von... Ich kann ja direkt von hier kommen. Mit dem Itemdukt. Aber das mach ich nach hinten. Dann können wir da auch gut umzugehen. So. Und sag, dass er an der Kreuzung die Blätter hinschicken soll. Und sag ihm dann auch noch, dass er die dann in irgendwelche Barrels packen soll. Und du meinst, die kann man auch von der Seite befüllen? Oder nur... Ja, also hinten beim Steam geht's. Äh, beim... Beim... Beim Soulcent geht's. Und der Steam Dynamo bekommt jetzt auch schon Holz. Sehr gut. So, dann kann ich die Kohle wieder da rein machen. Gehe ich mal noch ein wenig Soulcancen 7 holen. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich auch feste Materialien von oben befüllen kann. Aber das werden wir jetzt einfach mal testen. Äh, also bei mir kommen feste Materialien von oben. Gehen nicht von der Seite. Wie meinst du? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Probier's. Testen wir da. Alter. 75 Soulcent. Das gibt's ja nicht. Soulcent ist ja einfacher zu besorgen als Dust. Wenn man's richtig macht. Ja. Äh, wo muss ich denn da hin? Ich überlege grad. Hast du noch irgendwo Redstone? Ich brauche noch einen Servo. Mist. Aber einen Servo habe ich hinten schon reingemacht, ne? Also du brauchst nur einen. Ich brauche noch einen für Blätter. Damit sie in die Dings gehen. Ah, okay. Ähm. Warte, ich gucke mal, ob hier nochmal Dust ist. Dann mache ich schon mal... Äh, Dust. Hier sind noch 50. Dust. Ach, pappalapapp. Ich nehme die Barrels, die hier stehen. Die brauchen wir dann ja nicht mehr. Bumm. Wo ist mit Tokas Untergang? Da. Wurde mit Nether Quartz beschmissen. Du, ich mach das... Ich mach die Befüllung auch von oben, weil ich dann sicher gehen kann, dass auch kein Regen in die Fässer kommt. Bier, Bumm, Bier, Bumm. Was? Füllung von oben. Bier, Bumm, Bier, Bumm. Hahaha. Druckbetanker. So, die muss weg. Oh, ein blauer Close Room. Worauf muss man den setzen? Den auf Stein setzen? Nein. Oh. Klai bestimmen. Barrels müssen ja wohl reichen. Dann, ich will das Ding irgendwo hinsetzen. Aber wie sagst du dem Soulcent Producer eigentlich, dass er den Soulcent rausholen soll? Da sind unten noch Pipes dran. Ach, der kann durch Pipes auch rausholen? Na klar. Ah. Fuchsig, fuchsig. Ja, geil. Wow, cool. Ach, du hast jetzt hier alle bemerkt. Du bist ja mal krass unterwegs. Ey, da kennst du nix, ne? Da kennen wir nix. Nö, kenne ich auch nicht. Oh, ein Ghost-Woods-Zertblinken haben wir gerade bekommen. Nö, schön. Alter Fall. Ich glaube, ich muss mal auf das Design der Insel scheißen, ey. Das ist alles nicht symmetrisch hier. Es muss funktionieren. Theoretisch könnten wir ja auf den Servo auch verzichten, weil er eh nur Blätter annimmt. Von dem, was er... Ach nee, er nimmt auch Saplings an. Dober Kinsey. Dann muss ich, dann muss ich, dann muss ich, dann muss ich kurz auf, ausschalten hier, damit er nicht gleich die ganze Zeit... Boah, das hier geht mir auch, Tiere rückt die Eier, das wird jetzt auch automatisiert. Hast, hast noch kein Servo drin, ne? Hier. Hmm, wo, 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 wo willst du? An der Kreuzung hier. Ne, ich hab hier neben der Kiste ein Servo reingemacht. Da. Damit... Ach, da ist ein Servo drin. Ja, damit der Steam deinem Holz bekommt. Das ist ja... Das ist aber der, den du hier rausgenommen hast, ne? Ne, den hatte ich selber noch. Dann ist hier ja noch ein überflüssiger Servo drin. Ach, nee, 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 stopp, ja, noch, das ist der, der, ja, sorry. Sorry. Mittlerweile müssen wir doch noch ein bisschen Redstone haben. Ein Redstone, ja, reicht ja. Na, ja, gut, dann mach ich mir einen neuen Servo. Äh, eine Kiste. Verdammt, brauch ich noch Holz. Kiste? Hab ich dabei, warte, warte, bitte schön. Nö, ist gut. Bitteschön. Bin grad einer am Wochen. Hast du eine Hand? Jetzt hab ich sechs. Oh, wir sind schon wieder bei 21 Minuten. Nein, das geht immer so, 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 so schnell. Äh, was, was, was wollte ich tun? Verdammt, jetzt hab ich's vergessen. Ah, genau, ja. Äh, haben wir noch irgendwo Eisen? Ähm, die alte Erzekiste, ja. Sehr gut. Mach ich nämlich kurz mal einen, ey, was ist hier? Ah, weg damit! Servo. Ein Servo. Äh, nee, verdammt, wie ging denn jetzt nochmal ein Hoppa? Ich truf. Hoppa, hoppa. Hopp, 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 Pärdchen, scheiß, kolopp. Das kann ja dann da rein, der Servo. Boah, 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 boah. So. Zack, zack. Also wenn ich da... Was? Äh, du musst in, äh, der nächsten Minute die Abmode machen. Echt? Wieso? Wieso? Hä? Kann ich da nicht? Muss ich da... Oh, wieso denn nicht? Ähm, ich muss mal grad... Ich hab da doch ein Servo. Der ist weg, der Servo. Hm. Warum hast du... Hä, 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 hä? Ich kann nicht. Vergess die Abmode nicht. Ja, okay. Leute, ich bin grad ein bisschen sauer. Mein Servo ist verschwunden. Aber ich muss die Abmode machen. Dann kümmere ich mich halt nächste Folge darum, ne? Das wäre die Idee. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren, liken, nicht vergessen. Mich und den Utoka, ne? Sonst gibt's, äh, 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 Weltuntergang und so. Aufsparen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Reingehauen. Tschüss.